Nach neuneinhalb Stunden Fahrt sind wir hier in diesem Bus angekommen. Tja, und wie man sieht, es funktioniert das nicht, nämlich die Klimaanlage. Hier haben wir den Busfahrer, er verzweifelt nicht, aber er gibt alles hier bei der Reparatur der Klimaanlage. Inzwischen hat unser Pad doch tatsächlich umgelernt. Was? Ja, ich muss hier fahren, Entschuldigung. Nicht mit dem Busfahrer sprechen. So, wer sich mal gefragt hat, wie ein Lightliner Motor genauer aussieht, der darf jetzt mal hier ein Blick drauf werden und hier war jetzt zugeschaltet in Elli, den alten HFZ-LKW-Checker. Elli, was ist denn das hier zum Beispiel? Das ist der Kompromessor. Ein Ort, an dem nie die Sonne lacht. Ein Ort, der aus Männern Maschinen macht. Ein Ort der Tugend. Helvetia. Das Grab unserer Jugend. Pries. 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 Pries, ja. Mit Motion fait mayor. Die Lichtmaschine ist kaputt. Dadurch verabschieden sich jetzt nachher noch alle Systeme. ABS geht schon nicht mehr, Lenkung geht immeran zu schä troubles. Klo running. Klo. Das wichtigste hat natürlich... Der Klo haben wir schon vor wigunst, nicht? Undlights macht. Bleibt jetzt spannend, ob wir heute in Solingen auf dem RELOAD Festival die Show spielen dürfen. Der Rainer ist hier am Checken, habe ich es vorhin gesehen, der rennt mit einem Handy auf und ab Auch der Beppo war irgendwo mal und der Plan ist jetzt sozusagen zwei Kleinbusse zu leihen und dann die Fahrt fortzusetzen. Dafür haben wir aber nur noch ein geringes Zeitfenster, die Zeitarbeit TET gegen uns. Die Zitterpartie geht weiter. Der große Bus wurde jetzt in den kleinen Spinner verladen. Am Steuer mussten wir jetzt den Anträgen sitzen, weil nur einer kann die 2 Stunden mit diesem Fahrzeug bewältigen. Das ist eine Fahrmaschine. Schwede 1626. Bei der Zitterpartei geht weiter. Du bist nur noch shoig, wenn alles rein. Für die Zitterpartei geht weiter. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017